Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Tut mir leid, dass ich so kaputt aussehe. Es ist scheiße warm und das Fenster ist. Nee. Warum ist das Fenster zu? Are you kidding me? Wie man so schön sieht, ist hinter mir ein Ventilator an, der mir so schön fett den Rücken durchbläst. Das liegt daran, weil es hier gefühlte 40 Grad im Raum ist. Eine kurze Information einfach nur bezüglich des Kanals. Und zwar, da ja momentan so hohe Temperaturen zu erwarten sind vorgestern, hat die Sonne so schön mit 48 Grad hier reingeschienen. Und das war nicht sehr prickelnd. Die Sonne knallt hier volle Kanne zur Seite rein. Wir haben es jetzt gerade viertel vor eins morgens und es ist immer noch scheiße warm. Es ist unerträglich hier. Ich wollte nur kurz informationsmäßig abgeben, dass es passieren kann, dass mal ein oder zwei Tage ein paar Folgen ausfallen können. Weil ich dann mit dem Aufnehmen nicht mehr hinterherkomme, weil bei diesen Temperaturen nehme ich nicht auf. Ich habe heute ausnahmsweise noch was Dishonored aufgenommen und mein Rechner, der sagte so, ich kühle mich mal nicht ab. Ich habe einen Rechner neu gestartet, der hat sich zum Glück dann wieder gefangen. Aber das muss echt nicht sein und das ist mir dann echt ein zu hohes Risiko. Vor allem, weil das Stromnetz hier sehr, sehr alt ist. Ja, also wie gesagt, es kann passieren, dass ein oder zwei Tage mal oder ein paar Tage mehr Folgen ausfallen können, weil ich einfach nicht mit dem Hochladen und Aufnehmen hinterherkomme. Ich habe die Hoffnung, dass die Tage etwas kühler wird, damit ich Conan Exiles aufnehmen kann, damit ich Prey weiter aufnehmen kann. Das ist mir einfach alles zu viel. Ich will den Rechner bei solchen Temperaturen nur sehr, sehr ungern laufen lassen. Vor allem mein Fernseher und mein Monitor, die heizen sich so dermaßen auf. Und wenn ich sowieso mit Facecam irgendwas aufnehme, da habe ich eine Lampe, da habe ich eine Lampe. Das ist einfach too much. Man trieft dann einfach nur noch und das macht dann keinen Spaß mehr. Also, wie gesagt, kurze Informationen abgeben. Ich bedanke mich herzlichst und wir sehen uns dann irgendwann bei einem anderen Video, bei Let's Play, was auch immer. Macht's gut. Schönen Abend oder Tag. Wann nochmal. Ciao.